servus leute hallo und herzlich willkommen aus dem wunderschönen himmelsrand wenn ich muss da gerade mal was erledigen und ich kann moment ich will ich bin sofort bereit moment so ich bin sofort bereit da dann 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 da 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 ja leute hallo und herzlich willkommen aus dem wunderschönen himmelsrand heute schauen wir uns die mod steaks watch homestead an ein spielerhaus und moment moment hier ein bisschen geld geil so und da seht ihr schon das spielerhaus eingebettet in den felsen da jetzt mit einer verteidigungs wand hier unten glaube ich noch ich weiß nicht ob das eine höhe ist die dazugehörten keller zudem zu dem haus aber mal zur orientierung ich zeige euch mal wo sich das ganze befindet wir haben hier unten oben mortal und wenn ihr dann mal hier links schaut links haben wir dann markart hier rock die stadt und genau hier das wird auf der karte angezeigt findet ihr dann steaks watch homestead hier östlich ist dann weiß lauf ja das ganze schön eingebettet hier in den felsen auch geil mit dem nebel da oben wir rennen mal rüber gucken uns das mal an wunderschön so kurz mal nebenbei ein drachen erledigt so ich guck mal hier was ist das steed watch mine also wir haben auch eine eigene mine in unserem eigenen zu hause so schließen kate finde ich auch cool zack können wir zu machen schon mal verteidigungs wall so mal gucken hier das ist ein unterstand ok ok so mal weiter gucken gewusst und der zugang hier ok geht hier weiter hier ist quasi so ein aussichtsposten mega geiles detail schön mit der pulle mäht dann setze dich mal grad hierhin ballast hier bei der hitze ein hinter die birne und genießt einfach die aussicht auch guck mal hier leute perfekt was will man mehr einfach ruhig das ist das wenn das drachenblut in rente geht dann sieht das so aus schön mit den drachenknochen noch da unten und dann schön die kiste bier neben dran stehen so gehen wir weiter gucken und eins was ist das hier hier geht es auch hoch sehr cool amulett auf künarett schrein von künarett sehr cool hier so ein bisschen opfer sachen auch geil als möglicher an tun wieder und da werden natürlich auch wieder reich beschenkt wir haben hier alles mögliche an waffen schildern sehr cool oh nice das sieht gut aus bräuch liebe die musik so lasst mal reingehen gucken auch cool hier mit den flaggen und eis hier haben wir einen bogen alter was habe ich denn da an der moment bevor wir reingehen ich habe noch was gesehen leute moment moment wir nehmen das zurück mit dem bier und mit dem aussichtspunkt wie kommen wir da hoch kommen wir da gleich noch rein oder müssen ich glaube da kommen wir gleich noch ein oder kommen wir ist hier der zugang lass mich mal gucken hier müssen wir durchgehen und mega geil auch mit dem eingang guck mal hier noch eine schmelz hütte ohne ein outhaus also scheißhaus hinsetzen toilette okay also hier kannst du dann schön flanken und das ist cool hier kannst du dann noch irgendwas einsamen und leute jetzt mein absolutes highlight mega geil das ist ein richtig cooler whirlpool warte mal oh ah man bringt mir mein näht und noch eine frau alter wie geil oh wie geil oh wie geil dann sitzt du hier abends guckst dir die nordlichter an und brutzelt hier vor dich hin moment moment was machen wir jetzt mal kurz warte mal warte mal äh vorspulen wir spulen einfach mal ein bisschen vor damit es dunkel wird hoch noch ein bisschen mehr 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 na komm schon ah schön mit dem sonnenuntergang leute und wir genießen hier einfach das ist das wenn das drachenblut endlich mal in rente ist pass mal auf da hinten sind die nordlichter zu sehen oh mega mega geil ah leute richtig geil ach guck mal hier der sonnenaufgang du brutzelst einfach 20 stunden die haut ist schon schrumpelig scheißegal mega cool also sehr geil gemacht auch hier mit dem scheißhaus hier kannst du dann direkt die scheiße wegschaufeln richtig cool so ich würde mal sagen wir gehen wieder rein was heißt wieder wir gehen überhaupt mal rein wir waren ja noch nicht drin sehr cool so lass mal gucken was uns drinnen erwartet lass mal gucken oh okay ähm wirst du direkt erschlagen hier am anfang vitrine okay halt immer das was man benötigt ne poisons oh bösartiges gift der ausdauer hört sich gut an sehr cool alles mögliche an tränke okay sehr cool öffnen Tür okay hier ist das Schlafzimmer okay also von innen drinnen ähm tatsächlich etwas klein aber von außen doch relativ cool das muss man sagen vielleicht übersehe ich auch wieder was okay hier ist noch ein Waffenständer den finde ich auch gut geil echt cool ach hier ist noch ein Tresor okay nice sehr cool okay das sind unsere Kahüte hier pennen wir dann so eine Boonlook haben wir aber nicht noch ne also ich muss sagen ähm von außen hui von innen drinnen so ja jetzt nicht phui aber schon klein ich hätte mir echt vorgestellt dass das größer ist mehr eingebettet in den Felsen rein ich meine wir halten uns ja auch nicht da drinnen auf ne wir sitzen dann den ganzen Tag mit den Schnecken äh mit den kaiserlichen Schnecken sitzen wir dann die ganze Zeit im äh Whirlpool drinnen und so an sich von der Aussicht her auch hier mit dem Detail hier mit dem Bierchen finde ich das schon cool das finde ich schon ganz cool ich gehe mal gerade unten noch in der Mine gucken ähm hier auch mit dem Aussichtspunkt ne kannst dich hier hinflöten und guckst einfach was da abgeht das ist schon ganz cool auch hier mit dem Gate was sich dann öffnet finde ich doch schon recht schick ähm mal gerade hier in der Mine gucken was uns da erwartet vielleicht haben wir noch so einen versteckten Weinkeller oder sowas kann ja auch alles sein lass mal gucken gehen oder es erwartet uns Böses da unten drinnen ah hier haben wir noch einen Kerker guck mal das ist cool okay dafür brauchen wir einen Schlüssel der liegt bestimmt irgendwo oben aber das ist geil das finde ich cool gemacht sehr cool das gefällt mir sehr tiefe Mine okay hier hört es auf ne aber cool gut dann brauchen wir auch oben im Haus nicht so viel Platz werden wir alles hier verstauen können hier haben wir auch noch etlich viel Platz Schaufel hier geht es auch noch weiter aber ich glaube da ist auch nichts mehr ne hier haben wir noch eine Spitzhacke ähm aber sonst ist ja auch nichts ne hier können wir noch ein bisschen Holz schlagen ablagern ähm oh okay wir haben also mitbewohner also quasi eine WG die wir haben ganz klar eine WG oh ähm entschuldigen Sie Amor-Key-Schlüssel aha okay vielen Dank Golderzader sehr cool und er wurde scheinbar von den ähm tollen Spinnenheim gesucht und er hat dann auch den Schlüssel aber er ist weit gekommen wenn er hier die ganze Zeit alleine am Schaufeln war so und dann haben wir jetzt natürlich hier die Möglichkeit mit dem Schlüssel ähm diesen Huch diesen Kerker zu öffnen und da da noch Stuff unterzubringen zack offen okay oh geil hier oh gierig sind wir bringen sie Fuller Ah okay das war noch eine Quest laufende Quest genau okay Elfenschwert hier haben wir dann Puppen und hier können wir dann noch Zeug unterbringen also eigentlich sehr sehr lustig gemacht doch ja doch das heißt wir brauchen dann oben auch keinen Platz sondern wir haben hier den Platz ähm das wird dann oben gar nicht benötigt in dem Haus deswegen auch so klein okay da auch die Mine haben wir quasi eine Erweiterung des Hauses in der Mine unten drin doch schon ein nettes Detail ist zwar nicht so schön da unten wie jetzt hier oben aber doch schon ein nettes Detail ja Leute das ist das nette Spielerhäuschen hier so da schaut es nochmal an also schon cool gemacht auch mit dem Vor finde ich ganz cool ähm dass es auch so eingebettet ist in den Felsen und dann mit der separaten Mine das ist schon doch echt ganz cool gemacht ja Leute das war es von mir aus Himmelsrand vielen lieben Dank fürs Zuschauen und ja viel Spaß beim Nachmachen ich bin das war es so ich bin es ich bin ich bin